Also wenn der Deutz gleich senkrecht steht, dann ist er tief genug. Gut, also, sind wir gespannt. Ganz im Ernst, das ist eine finale Dreiergespann, setzt sich in Bewegung. Jetzt also letzter Pull, die drei dürfen sich eingraben bis zur Vergasung. Ich habe das Gefühl, der Deutz von Warty wird eher geschoben. Der Hintergefärd steigt echt schon auf. Da wird genau koordiniert von Herbert, wer jetzt hier viel Gas geben soll. Der Bremswagen natürlich relativ schwer, ist ja ganz klar, der Mittelpand. Habe ich den Eindruck, geht am meisten durch. Bisschen die Treibung gehabt, zumindest zu diesem Zeitpunkt, es muss. Und Herr Warty versucht jetzt natürlich auch hier zu helfen, aber er lässt sich ein bisschen schieben. Jetzt ist das Terrenspann auf dem hier, wird die Klammer abgehängt. Und er wird auch nicht unterwegs. Aber man sieht, denn sonst bringt was. Gerade sind wir nicht so weit gekommen. Jetzt geht es aber runter. Und jetzt geht es nur noch nach unten. Der Klinik, ein Lassi muss fast immer in die Gäder stehen. Nur das Klinik, sieht sie. Dann gibt es nur einseitig, ein Lassi, ein Lassi, ein Lassi, ein Lassi hier. Macht sie, die Meiler. Macht sie, habt ihr schon aufgehört, jetzt die anderen beiden Fans auch. Ja genau, jetzt eigentlich sollten sie nicht selbstständig liegen mehr aus, wenn wir keine rauskommen. So, alle klar, ja. So, Herr Warty sagt erstmal stopp, Moment, aufhören. Bisschen bist du stolz? Er ist stolz auf seinen Leitz. Er legt einen ordentlichen Pull hin, zusammen mit den beiden Fans, die natürlich auch ein bisschen mitgeholfen haben hier zu dem Pull, muss man der Fans einfach sagen. Wenn Barsi nach Hause kommt, der zählt, der ist aber ganz stolz einer Frau. Ich glaube, den Bremswagen und zwei Fans fast zum Punkt. Ich glaube, die kleinen Leitz. Ich habe es viele hohe Tatsachen, aber zu Hause fragt der Fan danach. Und dann bin ich noch gestaunt. Ja, Martin, super am Sachen, der hat es hervorragend. Was? Hier. Und dann, Mensch. Ich will noch mehr werden, wie heißt dieses Kreuz. Er hat gesagt, wer diese Kette am Stück über diese Bahn zieht, bis zu seinem Auto hin, darf diese Kette behalten. Das hat sich tatsächlich einer gefunden, der sagt, ich ziehe diese 850kg-Kette mit der Hand, diese Bahn hoch. Ich weiß zwar nur nicht wie, die legen wir sie nicht gern. Nee. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn er die Kette erhoben zieht, ist mir auch egal, dass ein Auto da steht. Also, dass wir ja schon die Situation ohne Hilfe haben. Ich bin zurückgezogen. Aber zunächst mal kommen wir die Kette hier auch. So. Und wir wollen natürlich auch mal eine ganz kurze Stimme füchzen. Nächste Garten. Ja, vielen Dank. Jetzt warten wir jetzt. Du hast ja noch Atem jetzt mal ganz recht. Weißt du, was du dir vorgenommen hast? Ja, ich brauche noch so ein Riss. Das ist ja fein, ey. Also, du traust dir das ernsthaft zu? Ja, natürlich. Okay. Ja, das stimmt. Probieren wir, kann man es. Ja, das stimmt.